Schön seid ihr alle gekommen. Ich glaube, ich erkläre mir nicht, die meisten wissen, wer ich bin. Und die, die es nicht wissen, hat man eine Webseite. Ich erzähle immer am Anfang, warum ich überhaupt diese Talk-Card mache. Hier innen ist es so wahnsinnig, es ist heiss wie verrückt. Es hat über 3000 Künstler, vielleicht sind es nicht alles verschiedene Künstler, aber es hat 3000 Maler, es hat Objekte, die man hier innen anschauen kann. Und ich sage, das ist dermassen einzigartig, das müssen einfach auch Leute sehen, die nicht kunstaffin sind, wie ich. Und dann habe ich gesagt, für das eben auch andere Leute kommen, tun wir immer, ich bin ja die kreative angeblich, tun wir Kunsthistorik dazunehmen, entweder das sei Sport, das letzte Mal war es Nina Bori, das erste Mal war es Gabriel Palacios, dass wir mal auch andere Leute hinbringen. Und ich würde sagen, er muss mich jetzt ein wenig unterstützen, weil ich ja meine Kraftfahrt nicht anhand habe. Herzlich willkommen, Marco Wölfli. Ich bin verdammt stolz, bist du da. Da hinten hängt ein Bild, das er jetzt gerade vorbringt. Und das ist von einem Adolf Wölfli. Kennst du den? Ja. Mach! 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 Ich habe zuerst gedacht, das ist vielleicht von dir, das ist 14'000 Franken wert. Ich dachte, vielleicht würdest du dich auch kennen, wenn du deine Karriere vorbei ist, als Künstler betätigt. Das ist nur der Schätzwert, oder nicht? Ja, das geht sicher für 2 Millionen. Ja, ich glaube auch. Da hast du extra gegoogelt. Ja, es gibt auch eine Strasse, die Wölfli heisst. Wölfli Strasse. Und die meisten denken, es ist wegen mir, aber es ist irgendwie... Ja, aber das musst du ja immer sagen, oder? Aber es macht nichts. Das fragen ja nicht alle nachher. Ja, die ist in Bern, gell? Genau. Genau. Ich habe gehört, wenn man auf die Autobahn geht, Richtung Zürich. Ja, genau. Gerade neben dem Stadion. Ja, genau. Eben, siehst du? Man muss es einfach so verkaufen, oder? Komm, herzlich willkommen, Niko Seeberger. Schön bist du da. Wenn du zum Beispiel ein Kunstwerk analysieren und du machst die ganze, wie sagen wir das, Hintergrundanalyse, bekommst du eine ganz andere Beziehung zu einem Bild? Also, ich sage das immer metaphorisch, oder in Bilder. Also, wenn man das Bild anschaut, dann ist es einfach eine Oberfläche. Und wenn man anfängt, die Geschichte zum Bild, zum Künstler, zur Künstlerin zu kennen, dann wird das Bild zu einem Fenster. Und man schaut eigentlich in das Fenster raus, oder in das Fenster rein, und man sieht die Landschaft, oder man sieht, da tut sich plötzlich ganz viel auf, wenn man durch das Fenster öffnen kann, wenn man das Fenster öffnen kann. Und das ist das Spannende an unserem Beruf. 415 Millionen Dollar ist vom Da Vinci das Almundi Bild verkauft worden, oder Neymar für 217 Millionen Euro. Ist das überhaupt noch gesund? Ja, das ist immer Ansichtssache. Ich glaube, es ist mittlerweile halt so, dass in diesem Markt sehr viel Geld rum ist. Ob das jetzt in Kunst ist, oder im Fussball. Vor zehn Jahren hätten wir nie gedacht, dass ein Fussballer über 100 Millionen Euro kostet. Der beste Fussballer wie der Sidan ist, glaube ich, für 50-60 Millionen Euro. wo schon sehr viel ist, irgendjemand verkauft worden. Und jetzt sind wir bei 200 Millionen Euro. Also ganz genau, ich habe es jetzt gefunden, 222 Millionen Euro an Paris Saint-Germain ist also der Neymar verkauft worden. Das sind nicht nur 200, das sind 222, das ist noch etwas mehr. Ja, das sind natürlich unglaubliche Beträge. Ich glaube, das ist eine Dimension, wo ich mir nie gedacht habe, dass sie in die Richtung geht. Und das ist, in die Kunst kenne ich mich zu wenig aus. Das ist, ja, es ist aber schon nicht mehr gerade so. Ja, es macht ihr aber fast etwas, es tut schon etwas etwas, etwas erdrücken, wenn du die Beträge hörst. Aber ja, es gehört halt jetzt, heutzutage dazu. Ich denke, es ist im Fussball. Ich kann von dort aus reden, wenn man nur gehört, wie in der englischen Liga, was die schon nur von Fernsehgeldern irgendwie nicht der letzte von der Liga knapp 100 Millionen bekommt. Da merkt man schon, von was, dass wir hier reden, von den Beträgen. Bist du zu früh auf die Welt gekommen? Nein, das Geld ist mir nicht so wichtig. Oder wenn man das ist schon gut so, wie es ist, ist tiptop. Und du, mit der Kunst, kannst du das beantworten? Also, ich bin nicht im Kunsthandel tätig, aber ich meine, wir sehen es als mittelgrosses Museum, wo, wenn jetzt, also gerade, ich kann jetzt von einem Alberto Giacometti reden, wo eine von unseren Säulenheiligen ist, von der Sammlung. Und, da haben wir keine Chance, irgendeine, eine namhafte, oder einfach auch eine Plastik zu ersteigern. Da haben wir, da können wir, nein, da haben wir, keine Chance. Da können wir nur zuschauen. Ja, das ist, das ist einfach auch da, das ist etwas, das spielt auf einer ganz anderen Liga. Das spielt da, spielt das ab. Kennst du Künstler, die agrarische Sportler sind? Ja, also, es gibt zum Beispiel den Matthew Barney, der zeitgenössische Künstler, der extrem Sport macht, mit und in seiner Kunst. Also, ich denke, das ist, einerseits, ein grosser, zeitgenössischer Künstler, und andererseits, ein grosser Sportler, in dem, was er macht. Ich würde sagen, merci vielmals, für zuzuhören. Merci vielmals, Marco Welfi, dass du gekommen bist, mein Gott, jetzt ist der so ein Star, der kommt sicher nicht. Ja, ich habe dir fast alle zwei Tage geschrieben, das ist genau wegen dem, ich dachte, sicher ein besseres Angebot. Und merci vielmals, für den Weitweg von Chur, Nicole. Danke. Merci vielmals, Tobiaschowski, dass sie das immer hier machen, das ist ein wahnsinniger Aufwand zu zählen. Merci vielmals. Merci.